So, ich bin in New York City. Hier findet eine internationale Tagung über die tagende Digitalisierung Web 3.0 und Metaversum statt. Ich finde, Europa braucht eine starke Stimme, um diesen technologischen Wandel politisch zu begleiten und auch mitzuspielen im Konzert der neuen Technologie. Ja, wir haben hier eine super hochklassige Debatte gehabt mit Experten aus Amerika, aus Europa. Ich bin sehr froh, dass das McCord-Institut und das Project Liberty sich diesen Themen widmet. Wir sind am Beginn von technologischen Revolutionen, deren Bedeutung wir noch gar nicht ermessen können. Ich habe mich total gefreut, dass ich hier mitmachen durfte und dass es hier auch noch weitergeht und viele engagierte Leute hier in New York über Zukunftsfragen diskutieren. Ich bin sehr froh, dass ich hier mitmachen kann.